Das ist Willi. Willi ist Logistikleiter bei Flotte Flotte. Er disponiert und koordiniert täglich 200 eigene LKW und bewegt so pro Tag mehr als 16.000 Artikel vom Zentrallager zu Kunden in ganz Europa. Willi liebt seinen Job und er ist sehr erfahren. Aber die logistischen Meisterleistungen, für die seine Kunden ihn schätzen, gelingen Willi nur bei voller Konzentration auf das Wesentliche. Und das stört Willis Konzentration und macht häufig all seine Planungen zunichte. Genau wie einige andere Reifenprobleme, um die er sich lieber nicht kümmern müsste. Wann ist der günstigste Zeitpunkt für den Reifenwechsel? Welche Reifen müssen erneuert werden? Welcher Reifenhändler ist der billigste? Ist er auch der zuverlässigste? Und an die vielen Einzelrechnungen samt Rechnungskontrolle, Buchungen, Rückfragen und Zahlungen. Willi hat wirklich Wichtigeres zu tun. Darum nutzt er seit kurzem Tirefleetmanagement von Reifenhaus Bechthold, kurz TFM. Denn TFM sorgt für Mobilität und macht Reifen zur Nebensache. TFM prüft regelmäßig Reifenzustand und Luftdruck an Willis LKW. Und zwar direkt vor Ort. Die dabei gewonnenen Daten analysiert TFM und montiert so an jedem Fahrzeug immer den richtigen Reifen. Dank TFM haben Willis LKW jetzt deutlich weniger Pannen und fahren wirtschaftlicher. Falls doch mal was passiert, ist TFM für Willi europaweit rund um die Uhr als Pannendienst im Einsatz. Unproduktive Standzeiten? Nie mehr wegen Reifen. Abrechnungschaos? Willi erhält jetzt nur noch eine einzige monatliche Reifenrechnung. Die von TFM. Und die berechnen nicht den Gummi, sondern nur die damit gefahrenen Kilometer. Bechthold's Tirefleetmanagement macht flotte Flotten flotter flott. Jetzt informieren unter www.tire-fleet-management.de Wir freuen uns auf Sie! Bechthold's Tirefleetmanagement.de